Willkommen in Midgard liebe Freunde, schön dass ihr vorbeischaut zum Mach Deine Scheiße Tag 2022 Teil 2. Der erste Mach Deine Scheiße Tag hat mir so gut gefallen, es war so produktiv, das Video ist auch gut angekommen. Deshalb habe ich den Keller auch direkt sauber gemacht. Das heißt wir können jetzt zusammen durch die ganzen Keller gehen, ich kann euch zeigen wie es vorher aussah und was ich schätze ich gefunden habe. Und natürlich wie es jetzt aussieht. Ich würde sagen wir verdienen keine Zeit mehr, ich zeige euch den ersten Keller. Keller Nummer 1 mit Durchgang zum Heizungsraum war der einfachste. Hier war nicht viel Schrott gestanden, so ein bisschen Alltagsschrott, den man halt mal in den Keller stellt, wenn er kaputt ist. Keine großen Sachen, Zeugs was man halt einfach nicht braucht und kurz mal in den Keller geräumt hat und dann da vergessen hat. Beim Auslegen vom Keller generell, also nicht nur hier der Raum, sondern alle Keller, habe ich auch eine Maske getragen, weil hier weiß man nie bei dem lassen Staub, ob vielleicht auch Moiskot dabei ist und kann ja auch Krankheiten übertragen. Deswegen lieber mit Vorsicht alles machen. Die Schätze, Polaroid Kameras, vollkommen verschiedene, uralte Kameras. Finde ich richtig geil, mal gucken, was man mit den ganzen machen kann. Vielleicht gibt es da auch noch die passenden Filme irgendwo zu kaufen, weil dann kann man mit denen auf jeden Fall schöne Erinnerungsfotos schießen. Polaroid sind da eigentlich immer eine coole Sache. Ein Prospekt vom Mediamarkt Anfang der 2000er gab es auch und es ist echt lustig die Preise für die damalige Technik zu sehen, weil heutzutage kann jedes Handy natürlich mehr. Und diese schöne Bergbank, die auch gut aus Ablage genutzt werden kann, kann man jetzt auch wieder benutzen. Hinten dran noch eine alte Tür, Holztür, keine Ahnung, kann man als Tischplatte benutzen oder verbrennen. Hat auf jeden Fall einen Wert und wenn es nur ein energetischer Wert ist. Wie gesagt, der einfachste Keller nicht viel zu machen, auch deswegen nicht so viele Schätze, deswegen gehen wir gleich mal in den nächsten Keller. Hier war die ehemalige Abstellkammer für eigentlich alles, also ein ganz normaler Keller. Wie ihr auf den alten Aufnahmen sehen könnt, wirklich alles durcheinander, allerdings konnte man wirklich vieles finden. Egal ob Schrauben, Werkzeuge, Rohre, Kabel, ein Campingkocher, alles was man gebrauchen kann, aber halt keinen Platz für hat und was halt in den Keller kommt. Das Ganze ordentlich ausgeräumt, den ganzen Müll getrennt und auch wieder anständig ausgefegt. Und so manche Fundsachen habe ich auch behalten und zu einer Kreativküste einfach alles zusammengeschmissen. Alles was man kreativ irgendwie beim Malen oder ähnlichen Sachen verwenden kann. Eine Menge an Werkzeugen für handwerkliche Sachen und kreative Sachen gab es hier unten auch. Die sind auch auf jeden Fall eingelagert. Und eine süße Backform in Form von einem Hasen, wahrscheinlich auch schon 20, 30 Jahre alt, aber in gutem Zustand, also kann man auch wieder benutzen. Das Metallregal kann jetzt auch perfekt als Lager für Ordner genutzt werden, hat die perfekte Tiefe dafür. Die Schränke hier, seht ihr, sind immer noch leer. Man kann das einfach nur füllen mit Zeug, was man halt selber in den Keller stellt und dann vergisst und die nächste Generation darf es ausräumen. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal sauber. Man kann es wieder benutzen und man kann es über Sport machen, beziehungsweise etwas für die Gesundheit sich einmal aushängen. Das heißt, einmal auf den Kopf stellen, dass man selber sich aushängt und die ganze Wirbelsäule einmal entlastet wird. Tut ganz gut, wenn man Rückenschmerzen hat. Ab und an muss man natürlich nicht übertreiben. Und ein paar schöne Weinkisten und Weinflaschen gab es hier drin auch. Die habe ich aber auch schon alle drüben in meinen eigenen Keller geräumt. Da werden wir jetzt als nächstes hingehen. Da liegen die ganzen Schätze rum und da gab es auch die meisten Schätze. Vertraut mir. Der Schatzkeller, wie ihr sehen könnt, einiges. Der alte Lagerraum für Lebensmittel, Folgestoff mit Eimachgläsern und Holzkisten. Die Eimachgläser von Anfang, Mitte der 80er bis ca. zu den 2000ern. Gefüllt mit Kirschen, Gurken, Erdbeeren, Mirabellen und einigen anderen Sachen, wo ich nicht weiß, was es ist. Ich habe versucht, alle Gläser zu retten, die man retten konnte. Nicht jedes Glas habe ich aufbekommen, denn die Gummiringe waren schon so kaputt. Die haben das Glas eher zugeklebt, dass es wirklich versiegelt war unter Unterdruck. Durch eben die jahrzehntelange Reifung. Ja, konnten wir leider nicht alle retten. Die ganzen Gläser im Hof ausgeschüttet und sauber gemacht und hier wieder schön ordentlich eingelagert, auch das Regal repariert und alles, was hier irgendwie rumsteht. Ich musste den Keller nicht nur den Boden fegen, sondern auch Decke und Wände. Überall hat es gerieselt bzw. an Decken waren sehr viele Spinnenweben. Hier besonders in dem Raum kommt man es ganz gut zu ihm. Wie gesagt, zu den Schätzen etwa 100, wahrscheinlich eher über 100 Einmachgläser. Man muss mal 10 Inventur machen, aber ist ja auch egal, es sind alle kostenlos gewesen. Da hinten noch sehr viele Weinkisten bzw. hier nochmal Weinkisten. Weinlagerkisten. Wir haben sehr, sehr schöne alte Stänke, die meine Freundin und ich auch auf jeden Fall restaurieren werden. Mal schauen wann, wenn man Zeit hat. Aber die brennen ja eigentlich weg. Ansonsten noch schöne alte Holzstämme, die auch nicht gerade klein sind. Der geht bis ins Eck vom Raum sogar rein. Also der wirkt eine gute Größe. Kann man sich was draus überlegen, vielleicht was reinschnitzen. Mal schauen was es wird. Es ist auf jeden Fall da und so ein gutes Stück Holz, was auch so gut durchgetrocknet ist, kann man auf jeden Fall noch verwenden. Das kleinere Stück Holz hier nebendran, was auch nicht gerade klein ist, will ich als Insektenhotel in den Hof packen. Muss ich gucken, wie ich das überdacht bekomme, dass das auf jeden Fall nicht mir wegschimmelt. Aber das ist auch schon ein bisschen zersetzt von allem möglichen. Noch ein paar Löcher reingebohrt, dann können auch ein paar Bienen sich drin einlisten. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Und perfektes Stück Holz dafür, würde ich sagen. Es sieht doch schön aus. Aber ich finde Holz generell cool, dass man so alte Sachen oder größere Sachen haben, schon einen gewissen Charme. Und auch noch verschiedene alte Holzbretter. Mal schauen, was man aus denen alles machen wird. Auf jeden Fall haben wir da auch genügend von. Und wer weiß, für was man es mal gebrauchen kann. Hier unten haben wir auch die Kreativkisten mit allen möglichen Anzeugs. Auch teilweise einfach nur zum Ordnung halten. Alte deutsche Einheit, Zigarren, alte Zigarrenkisten, alles mögliche. Es ist ein Keller, es müssen einfach ein paar Sachen eingelagert werden, die man eigentlich gar nicht braucht. Dafür ist der Keller ja auch irgendwo da. Wer hat Lust auf 1 Liter Cola? Ich weiß nicht, von wann die ist. Aber das könnt ihr mir bestimmt sagen. Die Masse ist interessant. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennen könnt. Ich kann euch aber auch noch eine Pepsi holen. Na, Lust auf eine Pepsi Cola. Auch irgendwann aus den 80ern. Denn da steht die Johannes Rot 84 drauf. Das heißt, die wurde für was anderes benutzt. Ist jetzt Marmelade, irgendein Gelee drin. Auf jeden Fall eine alte Pepsi Cola Flasche. Wahrscheinlich ohne den Originalinhalt nicht so viel wert. Aber ich finde, es hat einen gewissen Charme. Kann man ja auch sauber machen und als Deko benutzen. Was es früher auch noch so gab für Gisten. Besonders alte Bügeleisen sind es, glaube ich. Die man heiß gemacht hat und dann halt mit denen gebügelt hat. Nicht so wie heute elektronischer ist. Und hier auch noch die Saturn-Prospekte, von denen ich geredet hatte. Will jemand vielleicht ein Röhrenfernseher für 1.599 Euro kaufen? Und man spart sogar noch 200 DM. Ist doch ein super Angebot. Oder für 1.399 eine Digitalkamera mit 800.000 Pixeln. Oder für 2.99 eine Samsung-Kamera mit Filmen, wie es aussieht. Oh, ein Organizer für 200 Euro. Und ein Anrufbeantworter für 99 Euro. Also das Ganze ist etwa heute auch zu dem Gesamtpreis in einem Apple-Handy drin. Hat sich nicht viel verändert, nur dass alles zusammengeplatscht wurde. Will jemand vielleicht für 3.500 DM einen 600 MHz 13 Zoll TFT Laptop kaufen? 600 MHz, 3.500. Es waren noch andere Zeiten, aber es war im August 2000. Eine lange Zeit vor Instagram, TikTok und Co. Als letzten Raum, den Flur, den habe ich nämlich auch natürlich sauber gemacht. Da gab es nämlich auch ein bisschen was zu tun. Viele Spinnenweben und ein sehr schiefes Regal, was wahrscheinlich irgendwann mal improvisiert da reingemacht wurde. Gefüllt mit Einmachgläsern und Schrott. Und auf der anderen Seite haben wir ein altes Kohlelager mit Steinkohle. Die ganzen Flur natürlich auch ausgefegt und das Regal wirklich mal gerade gemacht. Mit den ganzen Hölzern, die einfach nur hier rumlagen, auch wieder ein bisschen improvisiert. Aber das ist ja Thema bei diesem Keller. Improvisieren und schauen, dass es einfach die nächsten 30 Jahre hebt. Und dann mal gucken, was gemacht werden muss. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, etwas andere MPST gefallen. Ist nicht am ganz normalen Datum und ein bisschen Schwerpunktlastiker mit dem ganzen Keller. Und es musste auch schon seit über 10, 20 Jahren gemacht werden. Also genau die Anforderungen für ein Mach-deine-scheiße-Tag. Und da man das auch über die Scheune sagen kann, wird das auch noch genau so ein Projekt. Aber das wird ein bisschen länger dauern als dieser Keller. Das war noch harmlos dagegen. Die Scheune ist riesiger. Ich glaube, da werde ich mich auch Stück für Stück durcharbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Projekt. Mal schauen, was kommt. Ich hoffe, ihr seid auch dabei und lasst ein Abo da, ein Like und gerne einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video.